So ein Urbex-Urlaub, Leute, kann echt anstrengend sein. Insbesondere wenn man so drei Pins am Tag macht, muss man immer gucken, dass die Akkus geladen sind, dass die SD-Karte vernünftig ist, dass das Auto richtig gepackt ist, dass die Hunde gut versorgt sind, dass man den Weg gut findet. Also tatsächlich, heute Tag vier, bin ein bisschen genervt. Könnte jetzt eigentlich einen Tag normalen Urlaub vertragen. Aber wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, auf dem Rückweg so ein bisschen Entspannung zu haben. Würde mir auf jeden Fall gut tun, den Hunden, Emily sicherlich auch. Aber jetzt gehen wir erstmal gemeinsam zum U-Boot-Bunker. Und da hoffe ich, dass wir schwimmen gehen können. Sachen sind auf jeden Fall dabei. Und jetzt habe ich gut, dass ich daran denke. Ich muss natürlich, ich will ja tauchen mit der Drohne. Ich brauche den Plexiglas-Kasten noch. Also. Ja, wenn man im Ausland ist, ist der Weg auch manchmal ein Abenteuer. Komisch, das war hier. Ach ja, die Schranke war zu, ne? Ja. Ja, wir sind gerade einen ähnlich steinigen Weg gefahren. Aber der war deutlich steiniger als den, den wir jetzt haben. Wir müssen jetzt ungefähr 1,6 Kilometer laufen. Und wir sehen hier schon das ehemalige Sperrgebiet, das ehemalige Militärgelände. Und jetzt haben wir, wie gesagt, noch ungefähr anderthalb Kilometer. Ich habe mir hier so ein Unterwasser-Bodykit geholt, weil ich die Seitenklappe irgendwie verlegt habe von meiner GoPro. Eigentlich ist hier wasserdicht. Aber ich muss mir jetzt damit behelfen. Mal gucken, was wir hier haben. Könnte Munitionsbunker oder ähnliches sein. Hier ist das alles voll. Man hat auch hier die Vegetation genutzt. Hier seht ihr überall diese Steine, die Steinhaufen. Die hat man so angelegt, dass man einen Splitterschutz von den Bomben hatte. Und hier sind in diesen Vertiefungen dann die, ja, Bunker ist eigentlich übertrieben. Diese Gebäude sind da reingesetzt worden. Höchstwahrscheinlich für Munition von der ex-yugoslawischen Ami. So, und dann bis gleich. Da ist das Meer. Beziehungsweise eine Meermündung. Wir haben gerade einen Harpunfischer entdeckt oder gesehen. Der ist hier mit einer riesigen Harpune auf der Jagd nach Fischen. Schaut euch mal wunderschön, oder? Oder der, guck mal, wie sauber das Wasser ist. Das wird schön werden gleich. Guck mal, wie geht es gut. Klasse. Hier auf der linken Seite finden wir eine Flak-Stellung. Die gab es auf beiden Seiten. In der Regel zwei Zentimeter. Oder ein Zwilling. Je nachdem. Und wir sehen auch, dass es geneigt ist, damit das Wasser abgelaufen ist. Aber heute ist das Loch zu. Mega Aussicht, oder? So wird man bewohnt. So Leute, wir sind ganz oben angekommen. Und hier, hoffentlich gibt es gleich einen Weg richtig runter. Das war schon anstrengend. Aber wunderschön. Also selbst wenn wir hier keinen Weg runter finden, dafür hat es sich schon gelohnt, oder? Alles. Wieder Zivilisation. Selbst Wegbeleuchtung haben wir hier. Ein angenehmes Handgeländer. Handlauf. Damit man hier nicht runtergleitet. Und da vorne sehen wir schon das wunderschöne Meer. Total blau. Obwohl wir, wie ihr seht, ein wenig Regen haben. Und da hinten die Wolken. Ist die blau? Ja, das ist ja vorbildlich. So, meine Freunde. Die ersten Relikte sind zu sehen. Hier liegt nämlich eine schwere Panzertür. Und da ist ein Weg hoch. Vielleicht ist da der Eingang. So. Da ist es. Unser Wunsch wurde erfüllt. Das war richtig anstrengend. Hoffentlich ist es auf. Nein. Aber hier sehen wir auch nicht viel drin. Außer eine Taube. Das war's schon. Aber was ist das hier? Wahrscheinlich auch nur ein Unterstand. Ah, hier steht's. Das ist die Kirche von Antonio. Das war mal eine alte Kirche. Die gehörte zu dem Bunker. Und da, wo wir in diesem kleinen Raum drin waren, ist der Wassertank. Also hier, das ist eine Kirche. Verbunkerte Kirche. Und hier müssen wir jetzt wieder runter. Und den Weg müssen wir jetzt gehen. Ohne, dass wir hier reinfallen. Und es hat hier geregnet. Und es ist ziemlich glatt. Aber machbar. Wunderschön. Über noch die alten Schellen sind hier dran. Kabel-Durchführungen. Das ist ja cool. Ich freue mich. Das wird richtig gut. Torpedonetz. Ein Torpedonetz. Und das ist der Uwe-Bunker, Leute. Emily ist schon drin. Wir gucken uns erst mal hier draußen um. Ob wir was Schönes entdecken. Erst mal die wunderschöne Aussicht genießen, oder? Und hier sind die U-Booter damals rein und raus gefahren. Und haben ex-Jugoslawien in dem Kriegsgeschehen unterstützt, beziehungsweise beschützt oder angegriffen. Je nachdem, auf welcher Seite man sich stellt. So, wir brauchen Licht. Also mit der Drohne hätte man heute nicht viel anfangen können. Vor allem kann man natürlich diese wunderschöne Aufgaben machen können. Natürlich hätte man sehr viel damit anfangen können. Na ja, die muss auch so gehen. Okay, let's go. To the bunker. Wie gesagt, Torpedonetze. Originalinterieur. Ich habe zwei Löcher in den Schuhen, aber deswegen... Wow. Mega gut, Leute. Tauben. Und dann... Zuhacken. Zu hacken. Schuhe von Adidas. Originale... Befestigungen. Da hinten ist wieder Licht. Konnt ihr also ein- und ausfahren, oder ist das die Taschenölpfe von Emily? Die bewegt sich nicht. Also wird man hier rein und raus gefahren sein. Da musste man schon gut manövrieren können hier. Und da vorne und hier geht es ja ordentlich um die Ecke. Das ist doch keine Taube. Wunderschön. Wunderschön. Kabel liegen da oben auch oder hängen noch. Da sind die Kabeldiebe nicht dran gekommen. Auf den Grund kann man nicht gucken. Ich denke, das haben sie auch ordentlich tief ausgebuddelt. Und schaut mal, die haben Bahngleise genommen für den Handlauf. Haben die entsprechend zurecht gebogen oder an den richtigen Stellen dann auch verschweißt. Aber das sind Bahnschwellen. Guck mal die Aussicht an. Geht das schon ohne? Ne, noch nicht. Egal. So, jetzt können wir die da schon ein paar ausmachen. Und alles voller Fische da unten. Ja. Gut oder gut? Na ja, das wird sich jetzt nicht hinholen. Ah. Hier wollen wir mal schwimmen gehen, oder? Ne, vorne wolltest du. Ja, vorne. Ja. Badeanzug. Emily im Wasser. Ich im Wasser. Wasser, Wasser. Oh, es ist kalt. Es ist richtig kalt. Oh. Oh. Es ist kalt. Oh. Eins, zwei. Ah. Oh. 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 Leute, es ist ganz kalt. Oh. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Ich denke, die Strömung, ne? Die werden schon rausgetrieben. Die Raden kommen schon. Erstmal akklimatisieren. Nee, wir können die Sachen nicht alle anerlassen. Sicher ist sicher. Oh, ist das glatt. Was waren die Fische denn hier? Das waren meine Kollegen. Hoffentlich überlebt das. Oh, ich hoffe, ich hab... Das war doch groß! Ich hab gerade noch eine Fische gerettet, glaube ich. Da bin ich! Also den geht's anscheinend nicht so gut hier. Das sind die Kollegen. Boah, das ist aber schnell! Küstenwache! Gar nicht! Da, das Küstenwache! Bitte? Guckt euch die Bälle an! Boah! Guckt ihr die Bälle an! Das ist Nummer eins! Jetzt kommt sie! Leute, guckt euch das mal an hier! Guckt euch das mal an! Guckt euch das mal an! Boah! Das war knapp! Guckt euch das mal an! Jetzt ist auch egal, wenn man das will, ne? Jetzt ist auch egal! Hier ist das eklig! Das ist eklig! Boah, ich hasse Wasser! Und ich kann die Grund nicht sehen! Da schlippst du überhaupt! So! Die Pro Pro hat ja die Seitenunterzeit nicht mehr. Also bleibt der Akku auch nicht stabil. Und deswegen ist die Aufnahme gerade beendet. Jetzt hängt die anderen auch an zu kondensieren. Das ist doch voll blöd! Aber... Ich spring einfach nochmal rein! Oh! 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 Haha! Woohoo! Woohoo! Haha! Das ist die Grundform, mit nichts besser geht. Das hier lebt, das Ingen ist hier richtig glatt gewesen, obwohl das Ingen eingefallt ist, wenn wir im Lee noch tauchen müssen. Das ist alles gesperrt. Das hier lebt, das Ingen ist hier richtig glatt. Das hier lebt, das Ingen ist hier richtig glatt. Das hier lebt, das Ingen ist hier richtig glatt. Das hier lebt, das Ingen ist hier richtig glatt. Das hier lebt, das Ingen ist hier richtig glatt. Das hier lebt, das Ingen ist hier richtig glatt.